hallo zusammen höchste zeit euch wieder sonnige grüße vom olga-eck zu schicken und wie versprochen gibt es noch mal ein paar infos zu den produkten und wir starten mit dem mariposa sofa das sofa das hinter mir steht und zwar dieses sofa wurde von barba und oskobi entworfen 2014 und ihr fragt euch vielleicht warum heißt dieses sofa mariposa sofa das mag ich euch gleich erklären zeigt euch auch gleich noch ein bisschen besser so wie ihr seht hat es die ledenteile stehen so ein bisschen auf die seite die sind verstellbar und die designer hat das ganze an einen schmetterling erinnert und schmetterling spanisch mariposa daher kommt der name wer jetzt lust bekommen hat auf dieses sofa und gerne möchte dass das auch mal bei ihm zu hause durch das wohnzimmer flattert der hat jetzt übrigens eine super chance und zwar verkaufen wir dieses sofa ab weil wir brauchen mehr platz im schaufenster ihr habt eine super gelegenheit schaut mal rein auf www.store-stuttgart.de ich zeige euch gleich noch mal genauer die adresse da haben wir jetzt ein paar ausstellungsstücke drauf die ihr ab sofort erwerben könnt meldet euch gerne bei uns wir freuen uns auf eure kontakt aufnahme und satsui das mal nochmal ja so war schaut mal so schön sieht das aus und das möchte gerne zu euch